Seit dem Markt statt Ende September hagelt es für das Firephone eine schlechte Kritik nach der nächsten im Amazon-Online-Shop. Meist lässt sich der Frust der Kunden dabei auf den Telekom-SIM-Log zurückführen. Ob das vorherige Smartphone von Amazon noch weitere Kritikpunkte besitzt, oder ob es abgesehen vom SIM-Log vielleicht sogar ein sehr gutes Smartphone abgibt, zeigt der folgende Test von insidehandy.de. Bereits beim ersten Kontakt mit dem Firephone von Amazon fällt eine Sache besonders auf, das Gewicht. Mit seinen 160 Gramm bei einem 4,7 Zoll großen Display ist das Firephone ein ganz schöner Brocken. Ein solches Gewicht entspricht nicht mehr dem derzeitigen Standard, auch wenn das hohe Gewicht unter anderem der beidseitigen Gorilla-Glas-Beschichtung geschuldet ist. Zudem ist es mit einer Tiefe von 8,9 Millimetern nicht sonderlich flach, was den klobigen Gesamteindruck bestärkt. Es stellt sich zudem auch die Frage, ob man als Kunde, nachdem man rund 450 Euro für das Firephone auf den Tisch gelegt hat, ständig Werbung für Amazon machen möchte. Denn auf der Rückseite bringt ein dickes Amazon-Logo, das nicht zu übersehen ist. Dass es sich bei dem Firephone um ein Amazon-Smartphone handelt, ist nicht nur äußerlich an dem großen Logo auf der Rückseite, sondern auch anhand der Benutzeroberfläche deutlich spürbar. Das auf Android basierende FireOS besitzt nur noch marginale Gemeinsamkeiten mit dem originalen Google-Betriebssystem. Einen klassischen Homescreen, wie man ihn von Android-Geräten gewöhnt ist, gibt es beim Firephone nicht. Der Homescreen besteht aus einer fixen Statusleiste mit der Telefon-, Nachrichten-, E-Mail- und Internet-App und darüber ist ein App-Karussell zu finden. Die Anwendungen innerhalb des Karussells kommen in einer beweglichen 3D-Optik daher. Denn als erster Smartphone-Hersteller integriert Amazon vier Infrarotsensoren, das sogenannte Dynamic Perspective Sensorsystem. Die Sensoren sind in den vier Ecken auf der Vorderseite untergebracht. Mithilfe der Sensoren erkennt das Firephone somit, in welchem Abstand und Winkel sich der Kopf vor dem Smartphone befindet und zeigt Objekte auf dem Display so an, dass diese dreidimensional wirken. Das Display selbst misst 4,7 Zoll und besitzt eine HD-Auflösung, mit der man durchaus zufrieden sein kann. Neu ist auch, dass man nicht nur mit einem Wisch die seitlichen Menüleisten öffnen kann, sondern auch mit einem seitlichen Schwenk des Firephones. Eine ähnliche Steuerung ist zum Beispiel auch beim Scrollen und Surfen im Internet möglich. Beim Prozessor und Arbeitsspeicher ist das Firephone sehr solide aufgestellt. Angefeuert wird es von einem Snapdragon 800 Quad-Core-Prozessor, dessen vier Kerne auf 2,2 GHz takten. Der Arbeitsspeicher ist 2 GB groß. Beim internen Speicher hat der Nutzer die Wahl zwischen zwei Varianten, mit einem 32 oder 64 GB großen Speicher, die sich preislich um stolze 100 Euro unterscheiden. Per MicroSD-Card ist der interne Speicher nicht erweiterbar. Zwar lässt sich mit dem Firephone mit LTE-Geschwindigkeit im Internet surfen, jedoch nur im Telekom-Netz. Denn das Firephone besitzt einen Telekom-SIM-Log und ist daher nur mit Telekom-SIM-Karten nutzbar. Und auch hier genügt nicht irgendeine SIM-Karte der Telekom, sondern nur eine SIM-Karte, die einem bestehenden Vertrag zuzuordnen ist. Die rückseitige Kamera des Firephones löst mit 13 Megapixeln auf und liefert nicht nur Full-HD-Videos, sondern auch eine optische Bildstabilisierung. Die Qualität der Fotos kann sich sehen lassen. Sowohl in Innenräumen, bei eher schlechten Lichtverhältnissen, als auch in der Abenddämmerung und bei leichten Nebel liefert die Kamera ein scharfes und kontrastreiches Bild. Die meisten Bilder besitzen einen satten Farbton, der aber auch nicht zu unnatürlich wirkt. Auch der Dynamikbereich liegt auf einem sehr guten Niveau. Sowohl helle als auch dunkle Bildbereiche sind gut zu erkennen. Außerdem lässt sich mit einem längeren Druck auf die Kamerataste die Firefly-Funktion aktivieren. Dank dieser Funktion erkennt die Kamera zum Beispiel die Frontseiten von Büchern und DVDs und findet sie direkt bei Amazon. Gleichzeitig lassen sich mit der Firefly-Funktion aber auch Film und Serien sowie Musik erkennen. Wie es sich für ein Oberklasse-Smartphone gehört, besitzt das Firephone natürlich auch eine Frontkamera. Diese löst mit 2,1 Megapixeln auf. Die Akkukapazität des Firephone bemisst sich auf 2400 mAh. Für das 4,7 Zoll große HD-Display genügt dies auch. Nach einem anspruchsvollen Testtag ließen sich noch genau 50% von der Akkuanzeige ablesen. Nach weiteren 10 Stunden im Standby waren es noch 43%. Diese Werte liegen im oberen Durchschnitt und sollten den normalen Nutzer absolut zufriedenstellen. Fazit Die Telekom Simlock-Sperre sorgt bei vielen potenziellen Interessenten für Frust und Unverständnis. Und selbst wenn man Telekom-Kunde ist, besitzt das Firephone nicht gerade das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem derzeitigen Smartphone-Markt. Für einen Preis zwischen 449 und 549 Euro gibt es deutlich besser ausgestattete Smartphones, die über kein Netzbranding verfügen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank!